Ja, heute gibt es leider nicht Tarnkäppchen und der Wolf, sondern heute gibt es eine Videoantwort von Matthias für Tarnkäppchen und der Böse Wolf. Ich habe es dem Dittmar vom Kanal Tarnkäppchen und der Böse Wolf gestern noch versprochen, dass ich auch nochmal eine Videoantwort für ihn machen werde. Der hatte 222 Abos schon vor einer ganzen Weile, hat dazu einen Giveaway aufgerufen, er möchte da sowas zusammendrehen und dafür sollten wir seinen Spruch sagen, den er am Ende von jedem Video sagt. Und ja, dem komme ich gerne nach. Heute haben wir schon den 1. Oktober. Mir geht es jetzt nicht darum, da noch bei dem Giveaway mitzumachen, sondern ich denke mal, das wird noch etwas ganz Cooles, was der Dittmar macht. Seine Videos haben immer einen gewissen Pfiff. Also, die Leute, geht raus, so wie ich heute hier, auch bei Regenwetter. Und viel Spaß im Wald und auf der Flur und respektiert die Natur. Macht's gut. Ciao.